Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Darksiders Genesis. Haben wir denn hier soweit? Ich muss erstmal, ne? Es gab ein paar Tage keine Folge. Ich hatte keine Zeit, hör mal. Ich hatte keine Zeit. Und jetzt weiß ich wieder und nicht mehr. Ach genau, genau. Wir hatten ja hier diesen coolen Schuss. So, Kriegsmaschine wäre dann das nächste, sag ich schon mal. Ja, aber dann könnt ihr ja auch nochmal in der Arena gehen, verstehst du? Dann weiß ich mal, ja. Krieg mal bei der Empfehlung hier. Wir könnten bis zu dem Teilchen hier mal versuchen. Also, von der Stärke her sind wir theoretisch konkret gut genug. Ob ich jetzt in der Praxis gut genug bin, ist natürlich dann die Hammer, aber ha. Wieso nicht was hier für Fischer kommen? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, moin. Da war ich was. Da ist es gut. So. Wie war denn das hier nochmal? Guck mal wo. Warte, was ist denn denn für eine Wildsau? War die nicht mal ein bisschen anders? Das ist hier... Eieiei. Guck mal, Eieiei. Jetzt hab ich dich. Haha. Oh Gott, das ist noch einer gewesen. Haha. So, Einzeln ist immer okay. Einzeln ist okay. Das Bein muss man sich jetzt nicht auf einmal anlegen. Ah, ja, 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 ja. Herr Kollege. Nee, hat er nicht gehabt. Aber weit davon entfernt, mich fast zu haben. Muss man ja auch mal sagen. Vielleicht kriegt der dann mich ja fast. Haha. Hey, hey, hey. Ne, nicht so einer. Trophäe, Trophäe am Sack. So. Genau. So. Genau. So. 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 Ja, das ist hier jetzt. Aber nicht sehr harte. Mal gucken. Wir hatten jetzt noch gar keinen Kern hier, ne? Das ist ja komisch. Man kann auch schießen, Kollegen. Ja. So, wer will noch mal hier? Da ist einer. So, wer kommt jetzt hier? Mal hier. Oh, du. Hi, Freund. Ich bin schon mal wieder. Ne? Oh, hier, lass mal sowas. Ja? Ja. So. Okay. Und wir sind noch mal wieder. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Ja, 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 ja. Meins! Bäh-bäh! Da hab ich schon drüben. So. Dann dürfte er jetzt, Tio, auf das Finale kommen. Aber für das Finale, da krieg ich mir doch sowas aus. Haha. Wo? Oih! Oih, 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 oih! ihr wollt hat aber wir sind keine kerne oder sowas 8.000 kartonkern über den mann damit das und das ja da ist schon einiges hat hier gelohnt so und dann können wir jetzt in der story weitermachen das waren jetzt fast zehn minuten mit diesem spaß woher und gucken wir mal was uns hier erwartet unterirdisch rumkriechen wie ratten ein frontalangriff ist mir lieber mir auch da wette ich keine sorge ich habe das gefühl hier gibt es jede menge dämonen zu töten ja das kannst du mal annehmen ach hey mini ja das war ja gut vielleicht soll ich auch lieber hier hin ich weiß es nicht finden wir es heraus ist aber hier schönes was brauchte ich nicht 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 hier wird kei zwar schön springen die frage ist wofür das würde mir nichts bringen ich kann da und ich gucke mal eben wir haben ja dann ah ja 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 super und dort haben wir das hier so 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 und jetzt was ja ja aber aber was ich unten habe ich nicht was sehen könnte könnte ich wissen ob ich da hin soll eventuell ne das sieht mir definitiv nicht so aus karte sehe ich halt auch nicht viel karte sehe ich halt auch nicht viel aber aber was das irgendwie bringen soll ich weiß nicht na nun ok hm was sehen wir denn hier guck mal hier ist noch könnte auch noch was sein warte So. Aha. 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 Guck mal, das könnte doch vielversprechend aussehen unter Umständen. Aha. Aha. Und was da noch so schönes auf uns wartet, sehen wir in der nächsten Folge von Darks. Alles Gähne, das ist es. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.